Ja. Voll so ein Roboter. Wie heißt dieses Spiel? Dieses Spiel, wo man acht, neun Rollen auf einmal spielen kann. Da war's die Kay. Da war Emero auch ein Roboter. Ja, fahr ohne mich. Ich komm nach. Du bist schneller als ich. Das ist für mich unfair. Boah, Jopfel. Weee! Yay! Boom! Autsch! Bam, das war ein Fehler. Da haben die mich uns geowned. Warte, küss mich. Ah! Hört ihr das? Der will, dass ich ihn küsse. Küsst mich, Baby. Yeah! Autsch. Also ich bin oben. Oh, nicht mehr. Danke für die Port. Funktion. Warte, warte, warte. Hier ist noch Fähigkeit. Eben nicht. So, voll die Abkürzung. Da wären Fähigkeiten gewesen, richtig tolle. Am Schluss, egal. Super. Egal, die nehm ich jetzt. New York City. Schaffste. Du brauchst ne Fähigkeit. Wir haben gleich Boss-Time. Yay. Okay, hab ich. Übrigens, töte mich mal. Dann nicht. Ja, schön. Kämpfst halt ohne Fähigkeit. Überbewertet. Oh, der Skarabius, Mann. Der ist richtig cool. Hilfe. Töt ihn, töt ihn. Nein. Nein. Hörst mich. Nein. Das ist voll der Wrestler. Du darfst nicht zu nah an ihn ran. Der tötet er nicht. Skarabius Power. Boah, Alter. Geil. Mach'n Down. Und dann nehm' ich die Fähigkeit. Gib mir die Fähigkeit. Los, du schaffst es. Bam. Alter, nehm' ich, nehm' ich. Yay. Suplex. Wieso seh' ich mich so geil aus? Das find' ich unfair. Bam. Bam. Boom. Bam. Epic. Ich bin übrigens tot. Geh'n Ziel. Egal, der hat mir Hähnlich-Fähigkeit. Geh'n Ziel. Oh, ich bin zu dumm. Hu, hu, hu. Waaat? Pfff. Leben sind noch überbewertet. Jo. Vor allem diese Kunstpause, in der einfach mal nichts passiert und niemand was sagt. Cool. Hast du das E gesehen? Ja. Spezial-Level oder wie? Help. Wieso siehst du so geil aus deinem Gemälin, 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 neun? Ach, da kommt noch genug. Boom. Nein! Nein, lass mich durch. Da ist er! Hab' ich! Ist ihm aufgefallen, wen wir hier eigentlich töten und was? Wir töten unschuldige Hühner. Ja. So kleine schlafende niedlichen Dinger. Ich komm eigentlich durch. Was tust du? Und? Küss mich! Küss mich! Schade. Jetzt willst du aber, das ist richtig geschehen. Ah, ey, wie mach' ich das eigentlich? Wie bring' ich dich um? Ich weiß es nicht. Wie ist es noch plopp? Du darfst nicht zu lange leben, hab' ich das Gefühl. Ja, ich glaub' das ist zeitlich limitiert. Ich hab' nur ne Demo-Version von Kirby. Ah, spiel alleine weiter. Ich kommentier' das. Ja, Gastkoppi. Mach' mal Gastkoppi, los. Gastkoppi. So, jetzt, jetzt. Jetzt sprich' dann nach rechts. Och, ich hab' die Kinder grad' von der Tastatur. Ah! Ah! Wasab! Hab' ich! Boah! Burning Leo! Yay, super. Und ich bin immer wieder tot. Was machst du denn? Ich mach' gar nix! Ich mach' gar nix! Ja, komm' mal wieder, ey. Sir Kümmel! Wo die den Bombenmann? Wo die den Bombenmann? Das war' kein Bombenmann. Wo mach' ein Mann? Ist noch besser. HÄMMERTIME! Warte, da unten. Warte, ich will auch HÄMMERTIME. Ich will auch HÄMMERTIME. Warte, ich will auch HÄMMERTIME. Ich glaub' wir müssen das einmal aus dem Bildschirm holen. Warte. Und wieder zurück. Yay, cool. Ey, warte da unten, Mann. HÄMMERTIME! Ey, wie geil siehst du denn aus, Mann? Warte, hier unten war was. HÄMMERTIME! Hier unten war was, komm' mal. Komm' mal, komm' mal. Ja, ich kann nicht runter. BAUM! HÄMMERTIME! Jo, ich flüg' dir einfach hinterher. Ich sterb' mal eben. War nett mit dir, ne? Danke. Jo, bitte, bitte. Nein, 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 nein. BAUM! Autsch. Ich hol' mal einen Hemmer wieder. Alles für ein Bonus-Clim. Ja, tu das. Übrigens, stirb' nicht dabei. Nee, nee. Keine Sorge. So, da hast du. Und ich. Und ich. Ich bin Bankhaus. Ich bin der deutscher Bankhaus. BUM! BUM! Küsst mich, gib mir Leben von dir. BAUM! Kirby sieht gar nicht so stylisch aus, ey. Ja, ich bin jetzt dein Leibwächter. Guck' mal. Vogel! Den willst du! Nö, will ich nicht. Ich seh' aus wie Mexikan Day. Hilf mir! Früher hieß der Jay and Day Jusra, aber auch egal. Ey, warte, mach! Ja, wegen... Ich mach' gar nicht, der stirbt einfach immer. Go-Peace! 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 Du bist echt nur der Demo-Version von Kirby, Mann. Go-Peace! Hammer Time! Hätte ich den aufsaugen können? Weiß ich gar nicht. Los! Geh vor, Leibwächter! Der seht eines Leibwächters ist, einen zu beschützen. Ah, Hilfe! Ich kann den... Ich kann No Mercy machen. Guck' mal. No Mercy, Barb! Lass mich den töten! No Mercy! Ja, mach Hilfe! Ich sterbe! Gut. Geht das nicht mal schneller hier? Das ist doch... Du willst den Vogel da oben, hol dir die Vogelpower! Hab' ich! Jetzt bist du Tom Hawkman von Megaman! LOL! Komm! They're useless! Ja, ich folg' dir! Seh' ich! Wo bin ich? Ich hab' keine Ahnung. Da bist du. Da hätt' ich... Wenn wir jetzt Feuer gehabt hätten, könnten wir hier so'n Bonusraum machen. Hol' die Feuer! Nein! Warte, 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 warte! Nein! Hab' ich... Ich hab' meinen Hammer Time behalten! Warte, ich geh' schon mal rein, ich geh' schon mal rein. Kannst du gar nicht? Warte, lass mich rein! Doch, kann nicht! Ah, jetzt bist du drin. Schieß' mich ab! Nein! Schnell rein! Schnell rein! Schnell rein! Schnell rein! Boom! Hussaaa! Jetzt geht's los! Omnomnom! Fressparty! Komm her! Komm her! Komm her, Schatzi! Schade! Damit wär' das stylisch geworden! In der Große hier! Ja! Nach der Party schnell mal einen fressen gehen, ne? Das war dumm! Scheiß drauf! Erhöhnt doch den Schwierigkeitsgrad! Wo bleibste? Komm! Aua! Aua! Copycat! Hilfe! Mach' den down! Der Benner hat mir meine Fähigkeit! Ah! Man sollte sich nicht unbedingt einen Stacheln stellen! Ich bin übrigens kaputt! Ich mach' noch alles mit kaputt! Stirb! Schade, dass du die Fähigkeit nicht nur was du mir gegeben hast, ansonsten wäre ich jetzt noch da! Egal! Boah! Nimm die Steinpower und nimm sie mir weg! Dann bin ich wieder dabei! Dann mach' ich Abrisskommando! Hab' ich! Nein! Aaaaah! Schön! Der Stein zerfällt auch in eine der Teile! Guck' mal! Der bröckelt! Nicht draufhauen! Nies mal nicht! Baum, 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 baum! Oh, du hast Schwert! Da, nimm! Danke! Wo ist die Copycat? Da! Nein! Nein! Warum sterbe ich schon wieder? Ich drück' doch nichts! Nicht draufhauen! Nicht draufhauen! Jeeey! Augenlaser! Uff! Nein! Dankeschön! Hast du clever gemacht! Ich hab' doch gar nichts gemacht! Ich hab' doch gar nichts gemacht! Das warst du! Autsch! Komm, nimm die Steinfähigkeit! Hab' ich! Da kannst du dich mit sichern auf Lava und so! Cool! Autsch! Boom! Autsch! Du machst' mal wieder Lava kaputt! Ich mach' den Stein kaputt, lol! Wo bin ich überhaupt? Ach! Ich bin der Einer! Ach so, ahh! Du hast immer noch die Geräte! Und ich bin mal wieder kaputt! Autsch! Alter, mich würd mal interessieren, wie das passiert! Ich weiß es nicht. Du kannst doch abstellen ansonsten. Hier oben müssen wir lang. Wehe, du zerstörst das. Einfach ins Ziel. Einfach rein. Einfach rein. Gut, ich bin nämlich schon wieder fast down. Regen schon Power. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Hol dir die Ulti-Attacke. So. Und jetzt warte. Jetzt gehst du damit langsam voran. Immer wenn Gegner kommen, machst du... Okay, so hat er gesammelt. Attacke. Oh, Epilepsie, ey. Gabba! Und nach oben. Und wieder Gabba. Voll die Epilepsie hier. Und jetzt. Destroy! Ist ja schon wieder weg. Ja. Drei Ladungen. Da oben ist der nächste. Lass dich nicht von dem angreifen. Fick dich, komm her, du scheiß Ding. Der wohnt dich. Warum ist Energie? Nein, 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 nein. Episch. Töte einfach alles und hol dir die Energie. Scheiß auf mich. Hauptsache du überlebst. Und die Energie. So, da oben. Und mit den Ladungen gehst du jetzt zum Endboss und fixst ihn. Ja, genau. Warte, warte, warte ab. Da kommt noch ein Boss. Scheiße. Das ist ein fuck Stein. Da kommt der Boss, du Held. Der hat warte. Testo. Destroy. Und jetzt? Warte, warte. Der schießt gleich mit Sachen nach dir. Fängst du und schießt sie zurück. Okay. Jetzt fang und schieß. So oldschool mäßig. Jetzt holst du dir seine Fähigkeit. Und jetzt kannst du auch mal wieder mit spielen. Episch Schneemann of Doom. Bananen. Je. Weil Bananen aufhören. Jammertfähigkeit. Stirb, Bonkast. Lass mich in Ruhe. Boah, nicht aufhauen. Stirb. Nicht auf meinen Kopf. Pass auf. Pass auf. Okay. Ah. Er rift mit Kokosnissen. Yo. Er ist Donkey Kong. Er ist Monkey Kong. Kennst du Monkey Kong? Nö. Ich kenn Donkey Kong und Monkey Island. Aber nicht Monkey Kong. Das ist der verlorene Sohn von Donkey Kong. Es gibt so einen bösen Affen bei Donkey Kong. Warte, 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 warte. Bei welchem Teil? Bei Donkey Kong Country 1 ist der. Oh, küss mich. Dau. Du links, ich rechts. Und jetzt. Aua. Ah, wir müssen alle Zwischenbosser nochmal besiegen, bevor es zu King Dedede oder wem auch immer geht. Was ist zur Hölle? Wie hab ich das gemacht? Ah, scheiß drauf. Ja, komm. Komm, jetzt geht's wieder. Los. Jetzt wieder 10 Leben. Ja. Ich hab wieder eh Pisch. Ich hab eh Pisch, Mann. Ja, ich guck immer auf die falschen Displays. Ich guck immer auf den ersten Spieler, weil ich es gewohnt bin. Oh, in meinem Leben. Okay. Ich mein, mit 7 Leben sollten wir das schaffen, oder? Ja, klar. Locker, ey. Und Mount Didi-Di. Mal wieder. Glaube ich, oder? Nee, das ist, äh, Phu. Venetika, wollte ich schon sagen. Ich war zu lange auf Karas Channel. Ähm. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Wie renne ich mich jetzt aus der Situation? Ich reiße nicht. Einfach durch die Tür gehen. Fällig. Was? Welche Fähigkeiten wollen wir? Jetzt kommt der letzte Boss. Ich nehm, ich nehm die hier. Die ist geil. Äh, die ist kacke. Hier oben sind noch mehr. Oder? Komm mal hoch. Nicht in den Stern. Und ich bin schon wieder tot. Töte mich. Ich kann ihn nicht töten. Explodier endlich. So, du kannst mich auflösen. Löse mich auf. So. Jetzt gib mir die Shred-Technik. Die will ich auch. Du Penner. Nö. Denied. Da ist sie wieder. So, los geht's. Die Link-Armee rückt vor. Let's go. Nein. Scheiße. Egal. So. Jetzt schnell durch. Geh einfach rein. Fuck. Nein, ich will die. Ich will die Fähigkeit. Ich warte jetzt hier einfach, bis du in den Stern reinspringst, ohne dir eine Fähigkeit zu holen. Schwere als es aussieht, Leute. Ich bleib hier stehen, ich höre mir was zu trinken. Das kann doch dauern. Nein. Fuck. Komm, ey. Nein, ey. Wieso? Wieso? So, geht doch. Shit, ey. Sorry, Alter. Macht nichts. Okay, gegen wen kämpfen wir? Gegen, gegen, gegen. Gott der Hölle. Gundam Wing. Voll 3D hier, Mann. Oh Gott, Burn-O-Man. Der sieht aus wie Ho-Oh von Pokémon, Mann. Irgendwie. Es ist Ho-Oh. Ich bin Taubsy. Stirb, Ho-Oh. Ein wildes Ratzkanz geht auf die Lichtung. Nein, ich sterbe gleich. Ich auch. Mach ihn down. Bam. Ja, komm. Mit mir die Fähigkeit. Nimm. Friss. Friss. Pass auf, pass auf, du stirbst gleich. Hilfe, nein. Stirb. Autsch. Hau da an. Geht nicht. Der stirbt. Körnig. Nein. Nein. Klaue des Todes. Scheiße. Okay, ich bleib bei dem hier. Nimm du mal Feuer. Okay. Dann kannst du, oder nimmst das Kibble. Dann kannst du aus der Ferne angreifen. Ich mach Nahkampf. Ah, warte. Richtig schnabsch. Richtig schnabsch sprechen, weißt du? Jo. Mach mal schneller hier. Los, los, los. Zock. Nee, der Stern braucht seine Zeit. Wir sind in der 50er Zone. Hallo? Ja, de. Voll 3D hier. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Werfe einen Pokéball? Werfe einen Pokéball? Ich hab keinen, wo ist die Fähigkeit dafür? Meisterball. Ah, der sieht doch ohne Scheiß echt so aus. Fuck, ich muss von oben angreifen. Komm, diesmal schaffen wir jetzt. Pium. Und ich muss raus. Au. Ja. Baum. Nein. Los. Nein. Ah. Warte. Fähigkeit. Los, Kollege. Scheiße, was hab ich gemacht. Ich muss die einsammeln. Nein. Das war dumm. So, jetzt aber. Los. Komm. Mach'n Down. Ah. Hilfe. Ich hab' keine Fähigkeiten. Die kann ich die nur ohne Fähigkeiten besiegen. Autsch. Du musst warten, dass er was wirft. Lauf. Lauf. Autsch. Schlechte Idee. Ohm. Ich kann die nicht angreifen. Du musst springen, du musst meinen Kopf angreifen. Genau so. Ah. Ist das wie bei Mother Brain oder was ist das hier? Nein. Oh, Kirby. Nein, Kirby. Renn. Versuch dich zu retten. Oh, ich renne. Okay. Nein, Scherz. Nein. Ah. Oh, nur einmal noch ausweicht, Kirby. Renn einfach rum, Kirby. Renn. Rumrennen. Super. Ich kann nicht rennen. Schon mal aufgemerkt? Der hat nur einen Triff und er ist tot. Nein. Fuck, ey. Der hat doch... Ja, guck mal seine Energie an. Scheiße, okay. Was soll ich denn da machen, ey? Scheiße. Ich nehm mal den hier. Okay.